Okay, Susan, ich hab dich um dein Erbe betrogen. Ich hab dein Haus angezündet und einen Mann erschossen. Aber das ist doch noch lange kein Grund, dass du jetzt Aggressionen gegen mich hast. Ach nein, natürlich nicht, Brad. Es tut mir sehr leid. Schon gut, Susan. Susan, lass uns von was anderem reden. Hörst du? Ja. Brad? Ja, Susan, was gibt's denn? Ach, nichts. Oh, Susan, ich finde es sehr schön, dass du das sagst. Oh, ja, ich musste es sagen. Es war sehr wichtig für mich. Noch etwas. Oh, ich weiß nicht, ob ich es sagen kann. Du kannst es nicht sagen? Susan, du kannst es. Ich bin sicher, du. Du musst nur dran glauben. Okay, Brad. Ich will es versuchen. Möchtest du, möchtest du, möchtest du vielleicht, äh, einen Drink? Oh, Susan, du. Oh, oh. Ja, du, 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 du machst mich sehr, sehr glücklich mit dieser Frage. Oh, Brad, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass jetzt endlich alles raus ist. Doch, das verstehe ich sehr, sehr gut. Entschuldige, aber da ist gar kein Eis drin. Oh, mein Gott. Oh, wie konnte ich noch? Ich glaube, das war alles zu viel für mich in letzter Zeit. Es tut mir ja so leid. Susan, ich, äh, ich kann verzeihen, weißt du. Oh, das ist großartig, aber mein Gott. Oh, was sollen wir jetzt tun? Susan, ich denke, wir sollten einfach gute Freunde bleiben.